so was geht mein lieben freunde herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen video ok was war das denn jetzt ja ich habe paar informationen an euch ich habe gesehen dass ihr unter meinen letzten comics viele gute bewertungen und kommentare hinterlassen habt dafür nochmal dankeschön ganz mal die fresse halt mein gott es regt voll auf und da stellt sich die frage hättet ihr bock mehr davon zu sehen oder eher nicht so weil ich bin echt der große musikfan ihr könnt wie gesagt gerne in dem video mal schreiben was ihr dazu sagt echt spannend ist jetzt das video ich hätte sofort angeklickt der kann einfach nicht die klappe halten es regt auf so zweiter punkt ich werde am dienstag in urlaub fahren mit meinen eltern wir fahren nach italien mit dem fahrrad und mal schauen was das wird da stellt sich die frage bräuchtet ihr irgendwie so paar videos auf youtube keine ahnung mario kart technisches könnte ich noch am montag aufnehmen oder sonst noch was ich finde das vielleicht noch minecraft oder so wenn ihr bock habt oder noch ein paar rocket league wie gesagt schreibt es einfach gerne rein minecraft dein fucking ernst ja es ist mein ernst dieses zweite ich ne das regt so auf dritter punkt ich fahre ja in den urlaub nicht echt und ich habe halt den plan dass ich euch vielleicht so ein bisschen zeige was ich an dem tag unternommen habe in einem blog oder auf juno wenn juno nicht kennt das ist an der seite wo man hier sein gesicht zeigen kann und rechts der chat die ganze zeit läuft und ich kann euch einfach mal den link dazu die beschreibung rein tun somit ist auch geklärt dass ich nächsten zwei wochen kein twitch stream machen kann und somit komplett eigentlich raus bin auch was youtube angeht ich kann ja wie gesagt die videos einfach öffentlich stellen wenn ich bock habe damit ihr es halt angucken könnt wie ich wünsche euch somit noch einen angenehmen tag macht es gut